Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Modvorstellung. Ich bin Sören von der Modbox und wir gucken uns heute das Skript Fixierung der Gelenkrotation an. Ja, es ist ein einfaches Skript zum Entfernen der Rotationsgrenze. Das Ganze soll bei Trailer und Trailer Low für Fahrzeuge funktionieren. Also es soll sich quasi dann direkt da einbauen und quasi die Gelenkrotation ein bisschen realistischer machen. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal direkt an. Das ist eigentlich recht schnell erklärt. Wir streichen hier mal ein. Und zwar, wenn wir jetzt hier komplett rumlenken, sehen wir hier schon, dass es alles durch den Unterlenker durchpackt. Und wir quasi die Deichsel direkt am Reifen dran haben. Das ist quasi das Skript. Und zwar, dass diese Gelenkrotation ja grob ein bisschen realistischer gemacht wird. Also wir sehen hier richtig, die Deichsel ist komplett im Unterlenker drin. Und wir können noch ein bisschen, ja, kleinere Runden drehen hier. Viel mehr gibt es zu dem Skript auch gar nicht zu sagen. Falls euch das gefällt, falls ihr da Lust drauf habt, wir gucken nochmal fix in die Log rein. Hier ist nichts. Von daher könnt ihr den so einfach verwenden. Wir haben hier keine Fehler, keine Rawlings, keine Errors. Ja, falls ihr auch Lust habt auf diese, auf diese ein bisschen realistische Einlenken. Ja, dann schaut gerne unten in der Videobeschreibung. Da ist der Download-Link. Und lasst gerne ein Däumchen da. Ich sage erstmal Tschüss und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss.